Hallo und herzlich Willkommen zurück in Hogwarts. Ich weiß, ich höre mich gerade an wie so ein Kleinkind, aber ich habe mich irgendwie schon den ganzen Tag darauf gefreut, dass ich heute weiterspielen kann und bin jetzt total begeistert, dass ich jetzt endlich weiterspielen kann. Ich weiß auch nicht, dass es alles so irgendwie geil, das Spiel. Ich kann es nicht anders sagen. Eine Sache schon mal vorweg, bevor wir jetzt weitermachen und zwar, jetzt muss ich mal eben schauen, Moment, Ausrüstung. Ich habe nämlich ein Video gesehen, in der Hoffnung, dass mir das Video etwas hilft und ja, ich hoffe, es hilft mir tatsächlich. Oh ja, sehr geil. Wenn wir nämlich auf die einzelnen Sachen draufgehen, dann steht unten jetzt dieses X Erscheinungsbild ändern. Wenn wir da draufklicken, dann, wenn ich das jetzt richtig sehe, haben wir wohl alle Sachen, die wir mal gehabt haben, können wir aussuchen. Wenn ich das richtig sehe, wobei wir jetzt auch aussuchen können, das Erscheinungsbild ändern, dass wir einfach komplett ohne Handschuhe spielen. Das ist natürlich richtig, richtig geil. Jetzt schauen wir mal, ob das tatsächlich mit dem Umhang, da war das ja zum Beispiel. Ja, genau. Oh, sehr geil. Wir könnten jetzt theoretisch auch die Optik nehmen, die wir jetzt nicht mehr haben, ne? Die wir verkauft haben. Die ist aber gespeichert. Oh, das ist so, so hammergeil. Was ist das jetzt für eine Optik gewesen? Das ist die normale, glaube ich. Genau, die ist die, die ich, der hätte jetzt eher gesagt, das wäre Quidditch oder so. Das ist jetzt so der normale Mantel, den finde ich persönlich jetzt eigentlich ziemlich cool, so im Vergleich. Oder den, der sieht von hinten halt cooler aus, aber ich persönlich, ne, ich finde eigentlich den hier, glaube ich, cooler. Dann nehmen wir den. Oh, das ist so geil. Jetzt kann ich endlich diese bescheuerte Brille absetzen. Ach ja, genau. Wir haben ja auch noch Sachen. Das habe ich, es sieht eigentlich ganz gut aus, das könnte ich eigentlich anlassen. Das habe ich, glaube ich, übers Internet bekommen, über die Seite von, ich glaube, es war Warner Brothers. Könnt ihr alles verfolgen auf meinem Twitch-Account, da habe ich das Ganze nämlich verlinkt. Und ich meine, die habe ich gestern im Stream, aus den Stream-Drops bekommen, wenn ich das hier richtig sehe. Also, die finde ich schon ganz cool, aber ob wir die unbedingt anhaben müssen, ich weiß nicht. Ich meine, es sieht natürlich besser aus, wenn wir aussehen, wie wir aussehen. So, dann die Kopfbekleidung. Da ist jetzt die Frage, ob ich diesen Hut auflassen soll, den wir schon mal auf hatten. Ich denke aber, ich sehe damit so ein bisschen aus wie so ein kleiner Wichtelzwerg. Ich bin mir nicht sicher. Ich würde sagen, wir machen einfach mal ohne Hut. Ach nee, jetzt haben wir den abgelegt. Oh, das ist doof. Das ist doof. Das ist ganz doof. Moment, das war jetzt der Beste. Genau. Und ich bin, glaube ich, nicht auf Erscheinungsbild gegangen, ich doof. Ich bin einfach reingegangen. Das heißt, wir stellen das da ab. So. Haben den Hut aber immer noch drin. Genau. So, Erscheinungsbild ändern vom Schal. Da fand ich den ja eigentlich ganz cool. Nee, das ist gar nicht der, den ich meine, aber der ist auch ganz cool, wenn ich ehrlich bin. Oder den lilanen. Ach so, das ist leider nur hier oben. Passt aber natürlich besser zu meiner Haarfarbe. Muss man jetzt dazu sagen. Der ist auch ganz gut. Den hier finde ich immer noch am besten, weil der nach vorne halt runter geht. Ich würde sagen, dann nehmen wir den einfach. Das haben wir auch. Übrigens, wenn ihr so ein Erscheinungsbild drin habt, sehe ich gerade, dann habt ihr hier oben so ein Auge drin. Das heißt, wenn ihr das ändern wollt und eigentlich etwas, was ihr tragen wollt, nehmt, also nehmen möchtet, dann, ähm, ja, solltet ihr dann da reingehen und mal schauen. Das weiß ich gerade gar nicht. Was ich da jetzt nehme. Das sieht ganz gut aus. Das ist, glaube ich, die Standardeinstellung, wenn mich nicht alles täuscht. Das, finde ich, sieht so ein bisschen edler aus, so in Kombination. Das sieht aus, als ob ich reiten gehen will. Ja gut, ein Pulli da drunter wäre natürlich auch nicht schlecht. Aber ich würde sagen, das sieht so ein bisschen mehr nach Hogwarts aus. Oh, ist das geil. Ich sag mal ein ganz, ganz dickes Dankeschön an FragNath, wo ich das nämlich zufällig in einem Video gesehen habe und, beziehungsweise mir wurde das Video vorgeschlagen und ich habe gedacht, naja, vielleicht ist bei den Tipps auch was drin, was ich gebrauchen kann, um das umzuschalten. Und tatsächlich, es ist drin. So, so geil, kann ich nur sagen. Oh, ich sehe endlich nicht mehr aus wie Professor Treloni. Sehr schön. Okay, wir müssten jetzt aber nochmal eben auf die Karte, weil Aufträge, kann ich das da eigentlich direkt, ja, das kann ich da direkt auswählen. Die zweite Aufgabe können wir noch nicht machen. Achso, genau, das hatte ich nämlich offline mal nachgeschaut. Die zweite Aufgabe können wir noch nicht machen, weil dazu müssen wir Ausweichrolle und so weiter üben. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass wir eins von den beiden hier machen sollen. Also nehme ich jetzt einfach mal den Teil. Vielleicht müssen wir auch das andere machen, damit das abgehakt wird. Ich bin mir nicht sicher. Ich probiere es jetzt erstmal damit. Oh Gott, jetzt habe ich schon wieder fast 24 Stunden nicht mehr gespielt. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich alles drücken muss, wofür. Das sieht aus wie der Ort auf dem Gemälde. Ja, ich weiß. Ich weiß. Aber, äh, nee, das wollte ich nicht. Revelios. Ich weiß, dass der Schmetterlinge besonders ist, aber den können wir ja nicht anvisieren irgendwie. Das ist ja das Problem. Wir haben es ja schon damit probiert. Revelios. Sollte ich vielleicht vorher noch die Taste drücken? Wir haben es damit probiert. Wir haben es damit probiert. Okay, flambiert haben wir ihn vorher noch nicht, aber müssen wir den vielleicht reparieren. Aber das glaube ich nicht, oder? Ähm, das könnten wir mal probieren. Sonst haben wir ja keinen mehr, ne? Nee, sonst haben wir keinen mehr. Nee, war das jetzt? Das ist Lumos. Moment, äh. Wobei, Lumos könnten wir theoretisch auch mal ausprobieren. Nee, aber das geht auch nicht. Ja, nee, keine Ahnung. Ich habe gedacht, vielleicht kriege ich es doch noch hin. Sieht jetzt eher nicht so aus. Ach so, Moment. Da wollte ich doch auch mal geguckt haben. Entfüllen. Ah. Das sieht mir sehr nach Mathematik aus. Obwohl. Elf. Was ist denn das für ein Kopf? Das ist der linke, ne? Elf. Die Frage ist. Das ist ein Unterschied von zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Das wären zehn Dinger. Wenn wir davon ausgehen, dass eventuell das eine drei ist, dann müsste ich theoretisch die sieben drücken. Das wäre dann der Leuch, oder? Ist da ein Leuchtt drin? Da ist kein Leuchtt. Doch, da ist ein Leuchtt drin. Okay. Aber da müsste hier doch noch ein zweites sein. Aber. Moment, öffnen. Ne. Ach so, ich wollte gerade schon sagen. Was ist das jetzt schon? Da oben ist noch ein zweites. Moment, da muss ich jetzt erstmal kurz hier gucken. Also, wenn man bedenkt, dass, äh, was ist denn das für ein Viech? Ich würde sagen, dass da oben, eins, zwei, drei, vier, fünf, das wäre dann die sechs. Das müsste das unten rechts sein, denke ich mal. Sechs und zehn, also sechzehn. Das heißt, oben müsste man die Eule, oder was das darstellen soll, machen. Ich gucke mal eben. Also, wenn das überhaupt dazu gehört. Ja, hier ist so ein Ding. Ist aber nicht drin. Okay, kann ich nicht machen. Ich habe nur Einhorn, dreiköpfige Schlange, Spinner, Alien, Reveillon. Einhorn, dreiköpfige Schlange, Spinner und Alien. Einhorn wäre die zwei. Dreiköpfige, also zwei, vier. Ich bin mir nicht sicher, das war nicht die Spinne unten rechts. Nur zwei, vier, sechs oder sieben. Aber das wären dann doch 16. Oder hat das doch nichts damit zu tun? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das machen wir nochmal, wenn wir die Ruhe davor haben, wirklich. Kann ich hier raus? Hallo? Ich mache jetzt erstmal hier mit den Sachen weiter, würde ich sagen. Damit wir auch ein bisschen weiter wieder kommen. Ja, hoffentlich mit der... Achso, nee, nach oben. Hoffentlich auch mit der Geschichte. Du verteidigst neuerdings also Hogsmeade gegen Trollen? Was? Achso, ja, klar. Mache ich immer so in meiner Freizeit. Also, wo müssen wir hin? Ich dachte, das wäre jetzt hier quasi um die Ecke. Deswegen bin ich jetzt auch gelaufen. Deswegen und weil das mit dem Flohpulver nicht so klappt, wie ich mir das eigentlich vorstelle. Weil ich sehe zwar unterwegs immer diese ganzen grünen Symbole, wo ich theoretischerweise hinpotten könnte. Aber ich kann nicht so richtig reinzoomen. Also zumindest nicht so weit, dass mir das wirklich was bringt. Dass ich die Symbole dann auch auswählen kann. Was ist das denn jetzt hier? Moment. Müssen wir mit dir irgendwas machen? Hm. Oh, oh, ah! Okay. Eine Handbuchseite. Ja, cool. Das ist mir entweder vorher noch gar nicht aufgefallen oder ich weiß nicht. Hallo. Ich würde gerne das auch sammeln. So, Lachlan der Schlagsiege. Dieses Statue stellt den Zauber Lachlan der Schlagsiege dar. Einen großen, schlanken Zauberer, der sehr stolz auf sich scheint. Niemand weiß wofür. Ja. Das passiert schon mal öfter, dass die Leute stolz auf sich sind und keiner weiß wofür eigentlich, warum eigentlich. Hm. Ah. Karte von Argylshire. Auf dieser Karte ist Argylshire abgebildet. Eine Region in Schottland, in der die Hybriden gehören. Die Heimat der schwarzen Hybriden-Drachen. Okay. Aber es ist trotzdem noch blau. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn ich das Ding anschließe. Äh, wenn ich das Ding in Flammen aufgehen lasse. Ich will aber eigentlich direkt... Ja, ich schätze, da muss man irgendwas anderes für machen. Da sind ja viele Geheimnisse... Achso, ich bin noch hier. Wo wir... Äh, halt, stopp. Ich muss hier durch. Wo wir noch nicht weiterkommen, weil wir die... Ähm, entsprechenden Zauber einfach noch nicht haben. So, halt, stopp. Da, mit hier muss ich sprechen. Ähm, finale Runde. Genau. Okay, ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt überhaupt drücken muss. Äh, Y ist verteidigen. Das weiß ich noch. Hallo, Lucan. Ist die Finalrunde der gekreuzten Stäbe soweit? Wichtiger Kampf heute. Alles hat zu diesem Moment geführt. Dem Moment, an dem wir sehen, ob dein Training und deine Hingabe für den Sieg reichen. Bereit für deine große Chance? Nein, absolut nicht. Weil es ist schon wieder 24 Stunden her. Ich weiß gar nicht mehr, was ich drücken muss. Aber, ja. Auf jeden Fall. Großartig. Trittst du mit deinem Partner an? Ja, bitte. Nati hat letztes Mal sich gut gewehrt. Der Sebastian hat auch zugeschaut. Ja, Nati. Dann kann's ja losgehen. Diesen Sieg werden wir auskosten. Ja, echt so. Jetzt sind sogar vier. Oh Gott. Durchbrich rote Schilde mit Schadenszauber. Wie dem Feuerzauber Incendio. Den wollte ich sogar mal ausprobieren. Okay, rechts amüsieren, das ist klar. Ja. Ach, die ist uns da gewesen. Weglaufen hier. Huh, huh, huh. Ich wusste zwar nicht mehr genau, was ich drücken muss, aber ich hab's, glaube ich, richtig gemacht. Es ist mir eine Ehre. Ich bin nur froh, mich gut geschlagen zu haben. Und wir sind froh, so einen gnädigen Champion zu haben. Jetzt erhält die Siegerin den Preis. Und so habe ich die große Ehre, dir dieses einfache, aber elegante Abzeichen für Höchstleistungen im Duell zu überreichen. Ähm, okay. Oh je. Aber da müsste ich auch noch mal hin. Die kann ich ja auch schon wieder pflücken. Uh, Gewand des Champions. Ja, da schauen wir doch mal direkt rein. Jetzt, wo wir das ja wissen, ne? Mit Trick 17. Ach nee, nicht Inventar. Ähm, die Frage ist jetzt, ist das hier drin? Nee, das ist ja nur der Umhang, ne? Das müsste hier drin sein. Das hier ist es, glaube ich, oder? Schade. Ist nur das, was da drunter ist. Okay, irgendwie sah das in der Vorschau doch ein bisschen besser aus. Aber egal. Wir haben was Kostenloses bekommen. Das ist immer gut. Okay. Dann würde ich sagen, Aufträge. Wir haben ja noch was anderes. Ähm. Wirke Incendio auf Gegner. Meinen die damit auch die Puppe? Weil sonst könnte ich eventuell noch mal ein bisschen an der Puppe, obwohl, naja, da sind keine gegnerischen Angreifer, ne? Äh, Angriffe. Ähm. Also 10 Mal ausweichen, 2 Mal Incendio. Können wir noch mal mit denen trainieren? 10 Mal ausweichen, 2 Mal Incendio. Nein, nein, nein. Brillante Idee. Dieses Mal wird es etwas anspruchsvoller. Bereit? Das wollte ich doch gar nicht. Nein. Ich wollte... Moment, vielleicht komme ich doch später wieder. In Ordnung. Komm vorbei, wenn du soweit bist. Genau. Wir nehmen jetzt erstmal... Moment. Ähm. Wie eine Motte? Ne, das war das mit dem... Ähm. Naja. Äh. Moment, wir hätten doch eins mit Sebastian noch, oder nicht? Ist das jetzt weg? Hm. Das mit der Motte, das nervt mich, ne? Bin ich ganz ehrlich? Bin ich ganz ehrlich? Da kann man auch nichts angucken oder so, ne? Wie eine Motte zum Rahmen. Äh. Welche Stufe haben wir eigentlich? Ich hab jetzt gar nicht drauf geachtet. Ja, sonst machen wir tatsächlich doch das mit Natti. Okay. Ja. Ich mein, was soll's. Wir kommen ja sonst nicht weiter. Oder gehen wir doch nochmal zu der Motte. Mich wurmt das, weil... Eigentlich müsste ich das ja hinkriegen. Oh, Moment. Eine Zauberkombination? Ne, sprich mit Lucan. Ach so, das war Lucan. Das war gar nicht Sebastian. Ah, okay. Ja, gut. Warum nehm ich das jetzt eigentlich auch noch an? Ich bin auch doof. Sonst machen wir das nochmal eben. Ich bin bereit zu üben. Freut mich, dass du dranbleibst. Soll ich die Puppe holen? Ja, von mir aus. Das wäre toll. Wunderbar. Ich bereite alles vor. Wirke wieder alle Zauberkombinationen, bevor die Puppe aufkommt. Wenn du die Übung frühzeitig abbrechen willst, sag mir einfach Bescheid. Wir machen das jetzt einfach mal. So. Ähm, jetzt muss ich mal gucken. A ist da, X da. Okay. Gut so. Die Puppe. Hä? Was ist passiert? Ach so, soll ich noch weitermachen? Ne. Ich kann nichts mehr machen. Ähm. Sehr schön. Nö, nachdem ich jetzt weiß, was gefordert ist. Ach so. Incentrum. Erioso. Ach so. Incentrum. Das war jetzt sehr lange. Oh. Oh. Exzellente Handarbeit. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Danke, Lucan. Du warst sehr hilfreich. Ach, hör auf. Ich werde gleich rot. Ja. Wirklich gut gemacht. Die Übungspuppen werden sich nicht so schnell nochmal mit dir anlegen. Ich bin froh, dass du weiter übst, obwohl du das Turnier schon gewonnen hast. Schön dranbleiben. Nö, finde ich auch. So. Zauberkombination Übung 2 abgeschlossen. Auftrag verfolgen. Zack. Ach so, aber ich bin jetzt... Wo ist denn jetzt reingegangen? Ich dachte, der verfolgt damit automatisch. Ähm, das können wir aber immer noch nicht machen, weil wir müssen ja immer noch ausweichen. Mann. Och, das ist doof. Ich würde ja gerne mit jemandem kämpfen, aber ich kann mich ja jetzt schlecht tun. Ich weiß nicht mehr, wo dieser eine von Slytherin war. War der nicht auch hier im Raum irgendwo? Moment. Was ist das hier? Schlossaufstufe 1. Okay. Ich habe schon überlegt, wahrscheinlich müssen wir irgendwie so Alomora oder so, ne? Das ist ja eigentlich... Oder Bombarda vielleicht. Ich weiß es nicht. Oh, wir können mal noch was. Mitnehmen. Was ist mit dir? Gehört da irgendwas zu? Oh, Mann. Reveglio. Was ist denn mit dir? Was ist denn mit dir? Was flüstert? So. Da ist auf jeden Fall ein Einhorn abgebildet. Aber ich wüsste jetzt nicht... Oh, ich bin hier zerschrocken. Na, ich hätte ich ja fast nicht gesehen hier. Moment, da oben ist noch was. Wie komme ich da hoch? Das ist eine sehr gute Frage. Hier ist auf jeden Fall der Ausgang. Aber da kommen wir wahrscheinlich nicht da hin. Ne, ne, dann kommen wir hier hin. Kann ich mich nicht mit euch dojanieren? Nachbar, was? Das größte Talent gewinnt, schätze ich. Gegen einen Neuling verloren? Damit habe ich nicht gerechnet. Tja, hätte sie mal besser, ne? Ja, finde ich jetzt trotzdem ein bisschen doof, weil ich kann jetzt tatsächlich mit niemandem trainieren, also niemanden wirklich herausfordern, damit ich das machen kann mit dem Ausweichen. Vielleicht können wir ja gleich mal ausweichen, wenn wir uns mit ihr treffen oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe nochmal eben zu der Motte, weil mich wurmt das wirklich, dass ich das nicht, dass ich nicht weiß. Also anscheinend muss ich ja doch jetzt schon was machen können, weil sonst würde es mir ja nicht als Auftrag angezeigt werden. Das Problem ist nur, was soll ich machen, weil so viele Zauber habe ich ja noch nicht. Es kann natürlich sein, dass wir wirklich einen anderen Zauber brauchen. Dann wäre es aber unfair, dass es mir jetzt schon angezeigt wird, dass ich das machen kann. Also es ist irgendwie, ja, aber mich wurmt das halt gerade total. Das war, ach nee, hiermit war nichts, weil das gar nicht das ist, was ich gedacht hatte gerade. So, war das hier? Ja, ich glaube hier in der Halle ganz unten, oder? Meine ich mich zu erinnern. Ah, naja, okay, eins weiter wahrscheinlich noch. Na, noch ein bisschen weiter. Doch noch ein bisschen weiter. Ah, na komm. Das sieht aus wie der Ort auf dem Gemälde. Was ist so besonders daran? Das möchte ich ja herausfinden. Moment, da ist noch, nee, das sind die zwei Dinger, die zusammengehören. Aber ansonsten ist hier auch nichts blau. Ansonsten kann ich hier nichts sehen. Moment, was ist das? Nee, das ist aber, das gehört nur dazu, glaube ich. also Lumos könnte ich mal probieren. Was haben wir denn hier noch? Das kann ich mir nicht angucken, wenn ich es nicht kenne. Doch, Moment, Beschwörungszauber. Okay. Ingardium Leviosa. Kontrolliert schweben. Also das könnte es vielleicht sein, was wir brauchen. Abänderungszauber könnte es vielleicht auch sein. Lässt Gegenstände verschwinden? Ja, könnte vielleicht auch sein. Ich weiß es nicht. Schaden denke ich mal nicht. Defindo denke ich mal auch nicht. Das ist jetzt alles so duellieren. Das könnte es vielleicht auch sein, ja. Einfrieren denke ich nicht. Das denke ich auch nicht. Also wir hätten theoretisch drei Sachen, wo ich mir schon vorstellen könnte, dass das vielleicht irgendwie damit zu tun hat. Nein, oder? Ich dachte, Lumos habe ich schon mal verwendet. Oder muss es dafür dunkel sein? Nee, oder? Ach, das ist der Rahmen. Ah. Ja, was muss ich machen? Hallo? Was muss ich machen? Ich wusste, es gibt eine Verbindung. Ich sollte Lenora sagen, dass ich das Rätsel gelöst habe. Das ist nicht euer Ernst. Boah, ich fühle mich gerade so verarscht. Ich meine, ich war fest der Überzeugung, dass wir Lumos schon mal ausprobiert hatten. Das ist doch gemein. Dann gehen wir doch mal eben ganz schnell zu Lenora, in der Hoffnung, dass da jetzt nichts Großes getriggert wird. Wo ist sie? Ich bin den Hinweisen gefolgt. Genau. Sage ich dir trotzdem nicht. Hehe. Nein. Ich habe den Ort auf dem Bild gefunden und mit Lumos eine Motte zum Rahmen gelenkt. Alles sehr logisch, ja. Schade. Ich war so nah dran, es zu lösen. Du hast ein Händchen für Rätsel. Natti ist auch gut darin. Amit auch, obwohl er sie zu ausführlich erklärt. Ich bin froh, dass es gelöst ist. Ja, so sieht die aber nicht aus, ob die froh ist. Aber da hinten sehe ich gerade was. Ähm, bevor wir die Folge beenden, leider, leider, leider. Ich meine, viel gemacht haben wir ja leider nicht. Wir haben uns viel reguliert, aber wir konnten endlich mal dieses blöde Geheimnis lösen. Und hier gibt es noch einen Auftrag, sehe ich gerade. Ähm, zeig. Weil, das kennen wir jetzt schon, ne? Uh, damit haben wir alle 15 Handbuchseiten aus Hogwarts gesammelt. Ja, geil. Das finde ich richtig klasse. Ja, ich würde sagen, dass wir dann hier erstmal einen kleinen Cut machen und in der nächsten Folge schauen wir mal, was ich dem guten Mädchen da Gutes tun kann. Das war jetzt ein toller Satz. Ich weiß, wie ich dem Mädchen helfen kann. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren. Tschüss.